Ich bin der Fabian, ich bin 18 Jahre alt und mache jetzt eine Ausbildung als Fachinformatik für Systemintegration hier bei Degu. Ja, zum Beispiel nur allein zu daheim Spiele zocken ist vielleicht nicht gerade die beste Voraussetzung, aber vielleicht das Interesse an technischen Sachen, im Inneren vom Rechner ist, denke ich, wichtig, aber definitiv nur das Interesse, also nicht das Vorkennis. Im Prinzip bin ich auch der hilfsbereiter Typ, ich freue es im Endeffekt, wenn du dann von der Person weggehst und dir dann helfen konntest, deswegen finde ich auch das Problem, wenn du jetzt hier nicht helfen konntest, ist schon sehr schlecht. Das Beste an meinem Job ist, einfach mit Mitarbeitern zusammenzuarbeiten, vor allem auch im Team, irgendwelche Probleme im Team zu lösen. Ich denke, das ist das Schönste daran. Bei der Fachinformatik ist es cool, dass man etwas erschafft, zum Beispiel, wenn man jetzt eine Software schreibt, dass letztendlich dann vollwertiges Programm rauskommt, was man bei uns auch produktiv einsetzt. Dass du vor allem selbst schon als Azubi, als vollwertiger Mitarbeiter angesehen wirst und du im Endeffekt schon, wenn du jetzt ein Problem lösen möchtest, direkt man sagt, hey, das ist nicht der Azubi, sondern ich bin ein vollwertiger Mitarbeiter. Wenn du dich für Informatik begeistern kannst, bewirb dich hier bei dir.